Lohnt sich der Immobilienkauf heute noch? Viele fragen sich heutzutage, wie man in angespannten und turbulenten Zeiten wie diesen sein Geld überhaupt noch rentabel anlegen kann und vor allen Dingen, ob man es noch in Immobilien anlegen kann. In den Minizensen auf Tages- oder Festgeld können nicht einmal mehr die Inflation auffangen. Viele beschäftigen sich daher mit einem möglichen Immobilieninvestment. Da möchte ich dir in diesem Video mal meine persönliche Denk- und Sichtweise mit auf diesen Weg geben. Ob es sich überhaupt bei den steigenden Preisen, gerade in den Ballungszentren, aber auch gleichzeitig historisch günstigen Zinsen noch lohnt oder ob es nicht doch sinnvoller wäre, das Platzen der nächsten Base, Schuldenimmobilienblase abzuwarten und erst im Zugang des Preisverfalls bzw. einer Rezession aktiv zu werden. Und damit ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Klaus Roppel von Vermögensaufbau Leichtgemacht. Nun, spannende Zeiten heutzutage. Klar ist, wer vor ungefähr zehn Jahren fremdvermietete Immobilien zur Vermietung gekauft hat, der wird im Zuge der schier endlosen Speisteigerung vor dem Lachen nicht mehr herauskommen. Aber auch natürlich Eigenheimbesitzer. Denn die aktuellen Zahlen zufolge sind die Preise in Deutschland, die Immobilienpreise, seit 2010 um 50% zum Teil gestiegen. In Metropolen haben sie sogar mehr als verdoppelt. Ja, krass. Um einen aktuellen Preisrückgang erwartet derzeit niemand. Doch es liegen zurzeit auch verschiedene Konfliktpotenziale vor, die die Steigung der Immobilienpreise zukünftig durchaus beeinflussen könnten. Zum einen ist das die wirtschaftliche Lage weltweit. Denn durch den andauernden Handelskonflikt zwischen den USA und China steigt das globale Rezessionsrisiko. Das hätte zur Folge, dass wir uns schlimmstenfalls mal mit einer Weltwirtschaftskrise doch irgendwann mal auseinandersetzen müssten. Es betrifft aber nicht nur China und die USA, sondern die gesamte Welt mittlerweile. Alle Länder sind irgendwo voneinander abhängig, wenn man sich auf den Handel, also den Import und Export von Gütern bezieht. Gerade auch durch das Internet. Hinzu kommt der Brexit, der bereits jetzt schon negative Auswirkungen für englische Immobilieninvestoren mit sich gezogen hat. Ist klar, dieses Affentheater geht ja weiter. Sorry, diesen Ausdruck dafür, aber es ist eine never any story. Auf der anderen Seite sind die Investoren aber auch politischen Turbulenzen ausgesetzt. Nach langen Diskussionen hat der Berliner Senat nämlich den Gesetzesentwurf für einen Mietendeckel verabschiedet. Das neue Gesetz friert die meisten Mieten in der Hauptstadt Berlin für insgesamt der nächsten fünf Jahre mal ein. Außerdem fordert man im Bundesland Bayern ebenfalls einen sogenannten Mietenstopp. Mietervereine, Gewerkschaften, SPD und Linke wollen durch ihr Gesetz faire Wohnkosten in Bayern erreichen. Und die teils extremen Mieten wenigstens einfrieren, zumindest für eine Zeit lang. Und dann gibt es noch die vor einiger Zeit eingeführte Mietpreisbremse. All diese Maßnahmen machen ein Investment in Punkt Immobilien natürlich ein Stück unattraktiver, vor allen Dingen für die, die diesen Gesetzen doch relativ skeptisch gegenübertreten. Denn wenn beispielsweise die Mieten gedeckelt werden und man zukünftig eine Wohnung nur noch mit 8 Euro statt mit 12 Euro beispielsweise pro Quadratmeter vermieten kann, reduziert das natürlich den Wert einer Immobilie gerade für Kapitalanleger. Da bedeuten sowohl die wirtschaftlich als auch die politischen Turbulenzen hierzulande und auch weltweit nicht gerade ein positives Segment für die Immobilienpreise in den nächsten Jahren. Denn ob diese Hause Phase weitergeht, großes Fragezeichen. Und nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung liegt die Wahrscheinlichkeit einer Immobilienpreisblase hierzulande momentan bei immerhin 92%. Ich hatte es ja bereits in einem meiner letzten Videos gesagt, dass laut UBS in München die größte Gefahr einer Immobilienblase weltweit zur Zeit herrscht. Doch steigende Immobilienpreise allein können noch nicht als Blasenbildung meiner Meinung nach eingestuft werden. Denn erst wenn die Preise über dem realen Wert des Objektes liegen, wird es richtig gefährlich. Denn dann wird es schwer, die Immobilie zu einem späteren Zeitpunkt möglichst gewinnbringend wieder veräußern zu können. Der entscheidende Faktor im Rahmen einer Überbewertung der Immobilie ist das Verhältnis des Kaufpreises zu den Mietzahlungen. Gerade für den Kapitalanleger legt der Preis über den zu erwartenden Mieteinnahmen in einem bestimmten Zeitraum, drückt es natürlich die Rendite nach unten. Die Bundesbank erklärte übrigens Ende 2018 insgesamt 10 bis 20% aller Immobilien über den deutschen Markt für überteuert. Oder anders gesagt für überbewertet. In diesem Zusammenhang sollte aber auch mal gesagt sein, dass in Deutschland die Preise nicht so stark letztendlich in die Höhe geschossen sind, weil die Mieten so stark gestiegen sind. Nein, vielmehr ist diese Steigung auf das billige Geld im Zuge der Notenbankpolitik zurückzuführen. Durch Herrn Draghi und jetzt zukünftig durch Frau Lagarde mit der Geldpolitik. Und nicht zu vergessen die Tatsache, dass vor allem viele ausländische Investoren allen voran aus Asien den deutschen Markt als sicheren Hafen ansehen, wo man sein Geld noch gut anlegen kann. Und gerade für diese Investoren sind die heutigen Preise wohl immer noch eine Art Schnäppchen, was natürlich weitere Preissteigerungen auch weiterhin durchaus mit sich bringen kann. Gerade auch für nächstes Jahr und Folgejahr. Und zudem weiß man auch nicht, wann der Crash kommt. Keiner kann das 100% im Voraussagen, mit welcher Härte er auch vor allen Dingen kommt und ob es im Vergleich zu einem Tornado vielleicht doch nur ein Gewitter werden könnte. Das hängt vor allem auch mit der bereits angesprochenen Politik der Zentralbanken zusammen. Denn man weiß einfach auch nicht, was die jetzt weiter planen. Nach meiner Einschätzung weiter Nullzinspolitik und Geldüberflutung. Sollten weitere Zinssenkungen auch unter der neuen EZB-Chefin Frau Lagarde zum Tonus gehören, dann könnten die Immobilienpreise auch meiner Meinung nach tatsächlich weiter steigen. Denn wohin mit dem Geld, fragen sich viele. Und selbst wenn dann nur 2 oder 3% Rendite rausspringen sollte, aber zugleich 4% Strafzinsen auf dem Bankkonto erheben werden sollten, dann kann eine Immobilie dennoch attraktiv für Investoren sein. Also da gibt es ganz interessante Konstellationen. Und all die bereits angesprochenen weltwirtschaftlichen Ereignisse könnten die Zentralbanken dazu veranlassen, eben durch Straf- bzw. Negativzinsen die Wirtschaft wieder anzukommen. Welcher Effekt letztendlich stärker ist, kann auch nicht von mir vorher gesagt werden. Eins ist klar, Wohnraum brauchen wir alle und es ist sehr, sehr knapp. Die Zuwanderung durch Flüchtlinge hat dieses Problem natürlich zusätzlich nochmal verschärft und wird es meiner Meinung nach auch weiter verschärfen, weil die Bauindustrie nicht hinterherkommt. Und durch die neueren Drohungen durch den türkischen Präsidenten Erdogan könnte zusätzlich auch der Bedarf an Wohnraum dazu beitragen. Dieser Nachfrageanstieg könnte wiederum für Investoren ein Kaufgrund sogar darstellen. Dass sich Investoren aber mittlerweile von den Ballungsgebieten zum Teil verabschieden, ist auch klar. Vielmehr wird ein Auge auf das Umland, auf das nähere Umland, damit meine ich die Vorstädte, von ihnen jeden extrem teuren Zentren geworfen. Gerade für den Investor. Diese aufstrebenden Mittelzentren, so nenne ich sie mal, die vor allem von der wirtschaftlich guten Zeiten der vergangenen Jahre profitieren konnten, und punkten mit guten Anbindungen und Infrastruktur. Und jeder weitere Zuzug erhöht auch die Renditechancen des eigenen Objekts. Man sollte meiner Meinung nach vor allem die Finger von spekulativen Geschäften sein, bei Immobilienpreisen, die irgendwo an die 10.000 Euro, 19.000 Euro grenzen. Das ist für mich in vieler Hinsicht unrealistisch. Ja, und eines ist natürlich ganz, ganz wichtig. Keine Finanzierung bitte ohne Eigenkapital. Mindestens 20 bis 30 Prozent. Das ist meine klare Botschaft. Eigenkapital einbringen. Wenn du auf der einen Seite in Zeiten wie diesen aber bereit bist, Schulden oder Verbindlichkeiten zu machen mit Immobilien, solltest du auf der anderen Seite aber auch bei dem nötigen Cash, sprich Liquidität, genügend übrig haben. Somit bist du für viele Eventualitäten auch gut gewappnet. Natürlich spielen auch Elementalle oder Aktiensparpläne und andere Investments eine Rolle, um möglichst diversifiziert breit aufgestellt zu sein. Darum hinaus möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass vor allem für potenzielle Immobilieninvestoren und Kapitalanleger auch das Thema der Spezialimmobilien, nämlich der Pflegeimmobilien, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wenn du mehr über dieses Modell, gerade der Pflegeimmobilien, einen Spezialmarkt, auch des Investierens erfahren möchtest, melde dich einfach unter diesem Video mal zu einem kostenlosen Webinar für weitere Informationen an. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video den ein oder anderen Impuls gegeben hat und dass der ein oder andere hilfreiche Tipp dabei war. Ja, und wenn ja, dann, klar, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal, falls du noch nicht getan hast. Aktiviere die Glocke und bis dahin alles, alles Gute. Euer Klaus Roppel. Euer Klaus Roppel.